Effizient. Flexibel. Weltweit im Einsatz. Das sind Gasturbinen made by Siemens. Wahre Giganten des Schwermaschinenbaus. Zugleich hochkomplexe Hightech-Produkte. Gefertigt mit Uhrmacherpräzision. Gebaut aus bis zu 10.000 Einzelteilen. Das Herz der Gasturbine, der Läufer. Mit einem Gewicht von bis zu 120 Tonnen dreht er sich bis zu 3600 Mal pro Minute. Das ist vor allem eines. Beeindruckend. Wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir haben mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Spitzentechnologie. In Kraftwerken rund um den Globus kommen unsere Gasturbinen zum Einsatz. Dafür sorgen unsere 3700 Mitarbeiter im Engineering, in der Fertigung, im Service und in den Testcentern. Ihre Aufgabe ist es, innovative Ideen umzusetzen und unsere Produkte weiterzuentwickeln. Wir betreiben eines der modernsten und leistungsstärksten Prüffelder der Welt. Hier werden Prototypen der nächsten Generation getestet, die noch effizienter, noch umweltverträglicher sein werden. Wir arbeiten an den Gasturbinen der Zukunft und haben stets das gesamte Kraftwerk im Blick. Unsere Service-Experten sorgen weltweit für die durchgängige Betriebssicherheit aller Komponenten. Mit Modernisierungen und Upgrades bringen sie die Kraftwerke auf den neuesten Stand. Oberstes Ziel, die beste Lösung für unsere Kunden. Komplexe Technologien erfordern fundiertes Fachwissen. Das bekommen unsere Mitarbeiter durch qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung bringen sie unsere Produkte voran. Wir fertigen die modernsten und leistungsstärksten Gasturbinen der Welt. Wir bauen die effizientesten Kraftwerke. Wir liefern Produkte, die Weltrekorde aufstellen. Das motiviert uns. Das treibt uns an.